Seid gegrüßt, mein Name, Zwerge, Gnome, Hobbits und Aedadom zu einem neuen Let's Play-Meetopia. Ja, ihr seht schon, ein bisschen was ist anders. Zu Beginn dieses Parts würde ich nämlich gerne etwas machen, was jetzt nicht direkt in die Story reingehört. Deshalb seht ihr hier einen New Nintendo 3DS. Vielleicht ist es so ein New Nintendo 3DS XL. Das ist der von meiner Schwester. Ja, ähm, gut, meine Schwester hat einen neueren 3DS als ich. Gut, ähm, darüber muss ich zu einer anderen Zeit diskutieren. Ja, ähm, wie auch immer. Ja, sieht ein bisschen anders aus, aber das wird sich ändern in den nächsten Minuten. Los geht's. Los geht's. So, ähm, hier sind wir im letzten Part angekommen. Hier haben wir im letzten Part aufgehört. Heute wollen wir aber hier noch ein bisschen mal zurückgehen. Und, ja, ich will mich mal bei dem hier melden. Der Nintendo-Fern-Let's-Play-Marcus. Manchmal sind diese Amiibo-Expeditionen schon ziemlich anstrengend. Aber ich werde immer mehr zur Expertin. Ja, der ist manchmal ein bisschen B, ein bisschen B, schade. Nee, ja, das ist manchmal so bei ihm. Ich kann mich nun nicht entscheiden, welches Amiibo mir am besten gefällt. Aber erst mal, hallo, hast du irgendein Amiibo dabei, was du mir zeigen kannst? Genau das ist nämlich der Fall. Und genau dafür mache ich diese Sache hier. Ja, jetzt habe ich eins dabei. Dabei. Versprechen dich zu Beginn des Parts. Juhu. Was echt jetzt? Wie toll. Darf ich mal eins sehen? Ja, du darfst. Hast du ein Amiibo? Berühre damit das NFC-Feld. Das gibt es nämlich hier auf dem 3DS. Auf dem New 3DS. Auf meinem 3DS ist das nicht möglich. Dafür braucht man einen extra Adapter. Aber hier ist das möglich. Deshalb hier mein Amiibo, mein eines Amiibo, was ich mal geschenkt bekommen habe, platzieren wir es mal. und versuchen es. Amiibo! Konnte man das nicht wirklich sehen. Vielen Dank! Amiibo sind echt toll. Und was kriege ich dafür? Das Dankeschön möchte ich dir das hier geben. Drei Spielscheine. Ach, das war es jetzt wert. Ja. Wie ihr gesehen habt, der hier, den Chibi-Robo-Splash. Den habe ich jetzt als Amiibo zu einem Spiel dazu geschenkt bekommen. Ja, den habe ich jetzt mal drauf platziert. Ich kriege da leider nur drei Spielscheine dafür. Gibt es leider kein Kostüm. Schade. Aber ja gut. Müssen wir mal mit leben. Falls du weitere Amiibo hast, kannst du die mir auch gerne zeigen. So, dann switch jetzt mal direkt das Aufnahme-Setup. Und so wieder auf dem alten 3DS. Ja, ihr vermisst schon den 3DS, den New 3DS. Ich nicht. Ich mag meinen kleinen 3DS, den alten. Ich bin da ganz zufrieden mit der neue New 3DS. Der hat auch einige Neuerungen, die ich nicht sehr lobenswert finde. Mit denen ich auch nicht sehr zurechtkomme. Und ja, ich bleib mal lieber bei meinen beiden, ja, ich bleib mal lieber bei meinen Leisten. Und ja, Nimm mal hier erstmal mit dem 3DS einfach auf, also mit dem einfachen 3DS auf. Ja, solange ich das noch nicht capturen kann, ist das hier einfach die beste Variante fürs Aufnehmen. Es wäre halt kaum möglich, den New 3DS abzucapturen. sondern da das Display auch anders gebaut ist. Es ist halt wirklich für meine Methode der Aufnahme unangebracht. So, ähm, die nächste Konsole, die ich mir kaufe, wird sowieso mit Capture Card sein. Das heißt, ja, sollte irgendwann eine Switch kommen, dann wird die eine Capture Card inne haben. Und ja, dann wird es auch hoffentlich abgecaptured der Let's Base geben. Hoffentlich sage ich deshalb, weil es ist noch nicht gesagt, dass ich mit der Technik zurechtkomme. Ja, bin ich immer ein bisschen, naja. Puh! So, jetzt soll es aber weitergehen mit der Story hier. Wir wollen uns nicht hier an Off-Topic Talk verfangen. Da haben wir eine Schatztruhe. Teufels Shake. So, und jetzt nochmal ordentlich, wo jetzt der Part ja schon ein bisschen läuft, aber die Story irgendwie wieder ein bisschen beginnt. Da haben wir auch schon ein Gasthaus. Seid gerüßt, meine Zwerge, Gnome, Hobbits und Eladom zu einem neuen Part Mitopia mit dem Zwergenfürst. In gewohnt bekanntem Aussehen der Aufnahme auf dem gewohnten 3DS. Oha, wen haben wir denn hier? Für den Dämon oder was? Nee, für den ist es bei uns im Team. Moment mal, schnüff, diese super süße Süßigkeit muss ganz nah sein. Ich meine, natürlich, diese super leckere Schnitzel, das Monster, da hat sie, hat es, meine ich natürlich. Herr damit, nicht von Fleisch. Das Monster sind wohl eher die Monster. Ach, du, Schande. Eine Reihe von der Sorte. Dafür können wir direkt mal diese Fitoformer einsetzen. Hilfe für Sarah angeben. Okay, sind das Clones und machen die irgendwas anderes? Oder was ist los? Okay, was ist mit denen los? Zitter. So, Blackie geschützt, weil sie liegt ja scheinbar zittert am Boden. Da kann sie scheinbar nicht so wirklich effektiv angreifen. Sarah mit Ultrastreuer ein Spiel setzt und ihn wieder in die Ruhezone gelegt. Teufels Dermann B angegriffen mit, ähm, was war das? Mit der üblichen Attacke. Und wir sehen es gleich. Ich kann, ich habe immer nicht die Zeit, das durchzulesen, was da rumsteht. Steht dann immer dran, was der Dermann macht. Sarah mit Ultramodus, doppelt viel abziehen. Na ja, und ich mal wieder hier auf diese Formel an Lütterei gleichzeitig bekämpfen. Oha, Sarah, Sarah ist da am Boden. Nein. Schutz, ich schütze mich selbst. Zitter. Guginio ruht sich aus. Den müssen wir mal wieder zurückholen. Die Blackie muss ich auch mal wieder rausholen. Die Ultrafiziert, obwohl es bei Blackie relativ wenig bringt, habe ich wieder vergeigt. Und, ja, ja, weil der Ultrastreuer jetzt, ja, durch die Heilung verbraucht. verbraucht. Ach du Schande, was passiert denn hier? Die greifen ja ordentlich an. Greifen ja ordentlichst an. Die hauen wirklich rein. Okay, Greeny hat nur Dreierschlag. Ach du Schande. Was ist denn los? Sind das Furien? Große Furien? Riesige Furien? Von der Stärke her? Auweia. Das kann ja heikel werden. Wir sehen auch die ganze Zeit nur von hinten. Wie kann das sein? Und daneben? Wie kann man denn bei so einem Kampf daneben schlagen? Nein, Sarah und Becky sind, äh, Sarah und Greeny sind tot. Ich habe keine Lebenssteuer mehr. Das ist ein Tänzender Pfeil. Kannst du sie wiederbeleben? Okay. Ich bin ja wieder geheilt, aber die haben noch so viel HP. Das kann noch nicht klappen. Im Trance. Und das alles hier für eine kleine Süßigkeit. Oh, den einen haben wir besiegt. Das überrascht mich. Die und Sarah sind immer noch tot. Müssen wir dazu zwei Tierschaffen. Teufelsdämonen angreifen. Komm, das schaffen wir. Nicht. Ähm. Ja, blege ich jetzt alleine. Und jetzt weinst auch noch und kann nicht angreifen. Ähm. So viel dazu. Das passiert nicht nochmal. Okay, diese Quest war nur scheinbar nicht gewachsen. Können wir die irgendwie absagen? Ich würde dann gerne die Quest abblasen und eine andere stattdessen annehmen. Wäre das möglich, könnten wir das machen. Geht das? Äh. Oh je. Hast du einen Moment Zeit? Also, mein kleiner Schnuff eines Tages ist er mit einem Juwel heimgekommen. Aber das war irgendwie gruselig. Ich habe ihn angebrüllt. Er soll das sofort wegwerfen und zwar weit weit weg. Aber ich habe ihn wohl erschreckt. deshalb ist er von daheim ausgerissen. Jetzt mache ich mir Sorgen. Kannst du mir helfen meinen kleinen Schnuff zu suchen? Aber gerne doch. Der hat sogar das Juwel und dann müssen wir nicht erstmal die Kuchen Quest schaffen, sondern können einfach mal die aktuelle Quest abbrechen. Genau. Du hast die Quest von Katana angenommen. Da soll die Fee doch sehen, wie sie hinkommt. Vielen Dank. So ist es allein zurechtkommt. Das ist ja, diese schweren Gegner mache ich erstmal nicht. Machen wir uns auf den Weg. Genau, machen wir einen anderen Quest. Du kommst allein zurecht. Hol dir doch mal die anderen Fäden mit dazu, dann schafft ihr es auch so. Also zurück nach Watz zum Geier und dann nach Sauerfahrt. Die Sauerfahrt ist wie schon gesagt ein Pfad neben Watz zum Geier. Ja. Vielleicht gelingt es hier uns besser den Boss zu besiegen und da habe ich zumindest mehr Hoffnung drauf. Das ist aber erstmal nicht der Boss sondern ein Zwischengegner oder drei Zwischengegner ein Taust und zwei Geister mit Hämmern Okay. Alles klar. Ich habe schon bemerkt ich habe auch Donald wieder im Team. Wieso werden die Kämpfe eigentlich jetzt immer von hinten gezeigt? Das geht doch gar nicht. Beim Vorspulen oder was? Wird es was geht hier? Vorsicht was geht hier Vorsicht Die Katze greift mit an Impuls auf den Hammer Geist B ist tatsächlich ein Hammer Geist ein Geist mit Hammer So simpel Sonst sind doch die Begriffe immer etwas ölkiger und komischer Kinderspiel Nicht so leicht zu erraten Hammer Geist da wäre ich Die als der Fee hier in ihrer Lava Lagune hier zu helfen Ja das bringt uns relativ wenig um da am Boss zu verzweifeln Lieber hier die nächste Quest angehen und nicht stundenlang an diesem Boss Kampf rum hängen und effektiv was schaffen als hier wieder einen Part mit Boss kämpfen zu stören Lohnt sich dann auch wieder nicht So gewonnen Ja das sieht schon mehr nach gewinnen aus und gewinnen mag ich lieber als verlieren Lecki ist ein Gold Stück Ja Kann ich dir mal zustimmen Lecki ist schon ein nices Team Mitglied Kann ich sagen nicer Freund als Freundin Ja Ich weiß nicht Von wem ist das denn von mir natürlich ganz schön cool es kommt mir aber bekannt vor kann gar nicht sein das habe ich mir gerade ausgedacht das habe ich frei impro improvisiert oh ich hab's es klingt wie wenn man auf einen maul wurf tritt warum sind wir noch echt befreundet frage ich mich auch warum du mit Donald Trump befreundet bist ist wieder wieder da nice die baue ich mein team und mit greenie spreche ich nicht im gas haus nö licht weg nö was ist denn los ich experimentiere worum geht es genau und das entfernen von gesichtern so dunkler fürst aber es läuft gar nicht rund ich beiße mir nur die zähne daran aus das freut da freut sich dein zahnarzt weiter geht's alle sind hier so nett katana hat einen tollen modegeschmack und es tut mir leid aber leute ich kenne katana nicht vielleicht kenne ich zu wenig aus aber wer ist mit katana weiter voran ein gasthaus yippie 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 ich habe hier ein geschenk für dich nimm schon sarah erhält ein geschenk von greenie danke schön was ist drin ein löffel gibst du den löffel ab greenie oder was schick schick sarah freut sich ja nächste beziehungsstufe weil greenie den löffel abgegeben hat ja gut es gibt verschiedene möglichkeiten seinen beziehungslevel zu steigern aber wenn jemand seinen löffel abgibt das ist jetzt nicht unbedingt ein grund eine beziehung daran zu erhöhen angeben gelernt wo sind wir denn hier in der borg des dunklen fürsten was ich den teleporter hier wieder ist ja immer noch in der nähe von was zum geier da kann es mal passieren mega feuer den einer besiegt fehlt nur noch der zweite beziehungsweise der erste wenn er der erste ist da haben wir den zweiten besiegt auf geht's komm so schwach ist der nicht so stark ist der nicht besiegt ihn bravo bravo wir haben ihn besiegt gemeinsam haben wir beide besiegt hier riecht etwas gut was wahrscheinlich irgendein monster an einer dieser fackeln so auf diese formel vielleicht alle gegenüber damit alle auf einmal naja auf einmal ist ein bisschen zu viel aber vielleicht begreifen wir alle ein gleichzeit zu gleichzeit was ein blackie ist weg nein ich habe besiegt ok den haben wir besiegt aber die dinosaurier ich meine die exos hält noch ein bisschen aus so den anderen haben wir besiegt und der letzte den kriegen wir auch noch komm sara unsere köchner heilt sich selbst erstmal und dann haben wir ihn auch besiegt die dinos endgültig zum aussterben gedacht gebracht sollte nicht mitsprechen wie immer eigentlich nur ein paar kratzer ist zwar mein job hier naja mein job ist es nicht mein hobby zu sprechen zu moderieren aber trotzdem habe ich so meine probleme damit was alles in der welt singst du denn da habe ich selbst komponiert in der mischung aus jazz und avantgarde funk cool oder das habe ich doch schon mal irgendwo gehört aber ich habe die melodie doch gerade erst ausgedacht jetzt fällt es mir ein so klingt es wenn man zu kalt duscht in zukunft sollte ich es nur noch wenn du im guesthouse bleibst singen das habe ich erst mal nicht vor ich habe vor ich beide mitzunehmen in meinem team dagegen habt oh nein der schon wieder schlurm schlurm dich habe ich vermisst hast mir gefehlt in der liebe kleinen schlurm hier das blaue schleimchen hier uh fast schon 2000 gerettet ne 1100 2000 das dauert noch ein bisschen müssen wir die geschafft haben oh blicky wird von sache geheilt deshalb nehme ich sie auch immer wieder mit es muss einen heil am team zu haben ein gutes gefühl besiegt schlurm was ein süßer name und weiter geht es zum gasthaus da haben wir eins ich bin ein hellseer es wird nicht angezeigt ich bin ein hellseer so ist das und nicht anders ich kann das weise voraus sehen dann sehe ich jetzt mal voraus sind abmarsch in diesem dingens in sauer dingens wie hieß das ok da sind wir wohl angedankt und ich sehe voraus dass jetzt ein boss gegner kommt kommt schnuff kommen doch bitte wieder nach hause ich schätze er ist doch nicht hier hoch ihr gesicht nein zisch ok wieso sag ich so zisch meine freizeit zisch katana wuff ok ein schlafender hund mit einer sabberwolke mit gesicht bah ekelhaft ekelhaft das pack ich mir diesmal nicht ins thumbnail und die setzt natürlich wieder standardmäßig diese formel ein bringt sehr viel bei einem gegner ach meno katana wuff ist dran ok greift mit der spukblase an waaaaaah es wird hier eklig nintendo warum und mich geschützt auf geht's hu gert dann wie kann der überhaupt angreifen wie ist der überhaupt in der lage dazu der schläft doch der hund ist nur die spukblase das was angreift da eklig eklig ekelhaft nintendo wir kommen auf sowas ja ich weiß pokémon und so weiter habt ja schon andere sachen geschafft aber baa die spukblase als kämpfender jener ach du schande es geht bergab mit 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 es es geht wirklich bergab das hätte ich nicht von euch gedacht nintendo ist das lustig in japan ist das japanische humor ist das irgendwie uneklig oder irgendwie amüsant in japan ich weiß es nicht beste freunde level 20 wieder erstarken ein kampf steht ihr beide wieder auf das ist cool die funktion diese fähigkeit habe ich gebraucht und ich habe wieder ich habe keine worte dafür was hält er sich gerade selbst nein nicht heilen nicht heilen hündchen das haben wir schon mal vorgelesen das hat man schon einige Male hau rein blickgeber wieder geheilt ok jetzt möchte ich aber mal noch eine beziehung was passiert denn hier in diesem kampf ist ein beziehungskampf gute bekannte ok beziehungskampf klingt ein bisschen anders als ich es erzielen wollte das wollte ich eigentlich nicht sagen hat sie sich jetzt wieder komplett geheilt nee zum Glück nicht nur ein bisschen ich muss mal wieder ultra steuern setzen habe ich noch ein paar das könnte sein ok sie schützt sie 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 schützt sie hatte ich noch die setzen natürlich auf Blacky und Annelie ein unsere angreifenden Leute nein Annelie Sarah ist dann eher die Helderin sie greift zwar auch an aber die muss dann geschützt werden Attacke Annelie ist tot das ist nicht gut oha Blacky ist auch gerade sehr geschadet zum glück hat es Schutz drauf ach so so das war Sarah ich dachte Blacky ok wurde wieder geheilt ich wollte sie gerade in die Ruhezone stecken oh ich habe auch nachher Attacke Heilung.exe muss ich vielleicht auch mal versuchen damit kann man nur heilen nicht wiederbeleben oder dafür bräuchte ich eine Blume die merke wo ich dafür oha hat man sie in die Ruhezone wenn sie gerade was kochen aber test mal ja Annelie die kann der da nicht futtern die ist nicht mehr unter uns sie behält nicht mehr unter uns zumindest in diesem Kampf sie ist Game Over Spiel vorbei so und mach ich eine gute Figur ja machst du bestimmt zwängel lässig weicht aus und kocht für mich ok vielen Dank weggehe man dir in die Ruhezone musst dich ausruhen Impuls auf den Hund haut ihn haut den Hund kau einen Hund das ist ein bisschen gemein aber hier muss wohl sein oh Sarah ist auch schon ein bisschen mitgenommen kann die sich selbst heilen oder muss ich den HP Streuer einsetzen setzt einen MP Streuer ein und einen HP Streuer noch dazu ich helfe dir attackiert den Hund attackiert die Spuckblase genauer gesagt oha Katana Wurf ist dran ich muss mich danach mal nach diesem Part mal belesen wer Katana ist das muss ich unbedingt wissen hält sich und Lecky neger Feuer bah diese Spuckblase bah Lecky ist tot nein wie kann sowas gehen wie kann eine Spuckblase angreifen ja hält sich selbst das ist gut das ist gut das finde ich toll Impulse auf Katana Wolf äh Wolf äh Hund Wolf heißt das oha Schutzschilde auf einmal zerstört das war meine letzten Schutzsteuer oh weia ja dafür hättest du uns getroffen nächste Beziehungsstufe oha sehr viele Beziehungsstufe hier an einem Part helfen zwei kennen wir glaube ich auch schon Impulse kommen die haben uns bald besiegt wird auch wohl machbar sein komm eine Spuckblase besiegen bah ii gitt Spuckblase die ein Hund hinter sich herzieht alle vier heilen kannst du nicht aber danke dass du mich heilst Impuls komm hau rein Ultrasteuer haben wir leider nicht mehr schade eigentlich hätt ich gerne eingesetzt sieht leicht aus da ist es spitzer uha uha geleert sah in die Ruhezone und mich mit einem Entspielsteuer geheilt Sarah wieder aus der Ruhezone geholt sie ist geheilt Impuls auf den Wuff komm das kriegen wir noch hin kommt schon oh Schande die Spielsteuer ist geholt das sieht sehr knapp aus das sieht schlecht aus für das Team die sieht sehr schlecht aus für diesen Kampf oh wei ja nein aah so knapp wir haben es nicht geschafft ich muss mich mehr anstrengen aber es ist möglich es ist möglich der Hund war fast besiegt also die Spuckblase erinnerungen an den zweiten Versuch an den zweiten Kampf gegen den Kantaner Wuff diesmal haben wir es geschafft mega Feuer ups habe ich hier einen kleinen Spoiler gewagt naja wenn es eine Erinnerung ist dann muss es ja geschafft haben passt fertig juhu greifen wir an so ähm ich erlaube mir einen kleinen Timelapse ähm ja weil das will ich jetzt nicht nochmal moderieren ich habe schon einen Kampf moderiert los geht's und willkommen ohne tote dieses mal und da läuft der wuff davon vielen dank mons habe ich es anhalten ein kinderspiel ja ein kinderspiel war es nicht aber gut weiter geht's level 20 für sarah für sarah pikante party gelernt füttere das team scharf flammen werden bald alle gegner umhüllen naja das finde ich doch toll wuff brötchen das finde ich noch viel toller das sieht lecker aus hier kriegst du dein gesicht zurück und gib mir das juwel katana also wirklich was für ein schlamm massel aber wenigstens ist mein schatzi schnuff weiter da wieder da ja verlesen wo wir schon von schatzis reden darf ich dieses juwel haben was dieses komische klunker gewiss doch bitte sehr hier hast du ich brauche es nicht augenjuwel rechts erhalten nochmals vielen dank für deine hilfe komm schnuff jetzt aber ab nach hause du hast die quest von katana abgeschlossen endlich wir haben alle vier juwelen beisammen hip hip hurra jetzt können wir den himmelsturm betreten ho aber erst im nächsten part so ein bisschen mulmig wird mir schon bei dem gedanken leute nehmt euer herz in die hände ähm naja ich weiß nicht ob man das so macht auf geht's so ich sag schon mal deutlich nach oben sollt euch dieser part gefallen haben lasst den namo da wenn ihr auf meinem kanal seid und ja kein weiteres video mehr verpassen wollt wir haben alle himmelsturm gewählen und das bedeutet was wir sollten den himmelsturm betreten können und dann tschüss dunkler fürst gronk und zwar endgültig aha aber dieser gronk ich dachte ihr wert befreundet schon aber du würdest trotzdem gegen kämpfen ja ich muss ihn ja besiegen na gut ich muss es tun gronk ist außerdem gar nicht der dunklere fürst ich sehe schon du bist wild entschlossen ja stimmt gut dann bringe ich dich hinunter danke viel glück zwergi bringen mich hinunter scotty äh drache und da sind wir am tor wir haben alle vier juwelen yippie da setzen wir sie ein also rein mit den dingern zack 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 da sind sie alle vier es öffnet sich hurra ab in die burg des dunkleren fürstern in den turm in himmelsturm rein geht's also los leute das ist die 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 Bis zum nächsten Mal.